Wir waren in diesem Algenwald und sie haben selbst gesehen, wie viel Leben es dort gibt. Und früher war es vielleicht hundertmal so viel. Aber hätten die Menschen damals jeden Tag im Meer nach Nahrung gesucht, wäre der Küstennahbereich bald geplündert gewesen. Weiter draußen jedoch wartete noch mehr Nahrung. Sie konnten die Fische ja im klaren Wasser sehen und so haben sie sich immer weiter hinausgewagt. Und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie irgendwann begonnen haben zu schwimmen. Du wartest noch immer? Schon sehr, sehr lange. Hast du die Verlobung gelöst? Ich hab Pech gehabt. Oder vielleicht hat sie Pech gehabt. In seinem Kopenhagener Labor erwartet Eske ein ganz besonderes Paket aus England. Da ist es. Was ist das? Der Zahn of Skull. Das ist der Zahn of Skull? Unglaublich. Ich bin gespannt, wie er aussieht. Vorsichtig? Na klar, ich bin ganz vorsichtig. Das ist urteilliche DNA. Das ist urteilliche DNA. Okay.